hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei sein es ist black friday 2021 hier kommt der nächste deal für euch es geht um den smarten garagentoröffner von flysocks aka meros der kostet standardmäßig 30 euro heute am black friday bekommt ihr für 22 wenn ihr das angebot wahrnehmen wollt dann schlagt ihr definitiv zu link ist einmal für euch unter diesem video in der infobox wir gucken uns jetzt einmal zusammen an was dieser garagentoröffner alles leistet für wen er sich eignet und vor allen dingen wer so ein ding vielleicht schon bald zu hause haben sollte der flysocks garagentoröffner eines der älteren smart home devices heute beim black friday aber auch eines der renommiertesten meros flysocks refos das ist immer die gleiche marke die illusionen haben wir uns mittlerweile schon genommen die hersteller nennen sich nur anders haben allerdings komplett die gleiche produktpalette und tauschen sich nur etwas aus dementsprechend in den preisen so hat heute hier flysocks das ding im angebot was uns recht sein soll 22 euro ist definitiv ein sehr guter preis aber was kann dieses gerät wirklich das gerät ist ein kleines zwischenschalt gerät was ihr auf euer elektrisches garagentor innerhalb des motors integrieren können das ganze geht sehr sehr einfach und innerhalb kürzester zeit ihr müsst allerdings euch ein bisschen mit der thematik und technik auseinandersetzen ich habe diverse installations videos für euch einmal reingestellt guckt ihr auf jeden fall an und wenn ihr euch nicht sicher seid definitiv immer eine elektrofachkraft dazu ziehen und schon könnt ihr das ohne probleme einmal meister was der große vorteil hierbei ist ihr könnt nachdem ihr das ganze getan habt via app von überall in der welt euer garagentor auf und zu fahren lassen könnt es teilen könnt euch push benachrichtigungen schicken lassen uns vielleicht mal offen gelassen wurde und dementsprechend selbstverständlich auch mit dem amazon echo und google home steuern was gerade in der neueren zeit sehr interessant ist wo immer mehr fahrzeugsysteme auf diese sprachassistenten setzen und man hier einfach via sprache sagen kann mach mein garagentor auf schon funktioniert das und das ist wirklich ein unglaublicher komfortbonus den man da hinterhält eigentlich nur ein sehr kleines zwischenschaltgerät aber wirklich renommiert und voller technik sehr sehr interessantes produkt muss man immer wieder sagen und wie gesagt installation ist gar nicht so schwer wie man sich das vorstellt trotzdem videos gucken und vor allen dingen dementsprechend davor einmal alles abchecken dass das bei euch reinpasst und dann könnt ihr für 22 euro hier definitiv nichts verkehrt machen das ist ein super deal oder wenn ihr es haben wollt schlagt hierzu legt es einmal für euch unter diesem video in der infobox dort wie gesagt auch noch mal alle technischen details beifragen zu diesem gerät alles in die kommentare schreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten ist dann hoffe ich dieses video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne hier auf youtube ein abo da ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend wenn wir uns im nächsten video wiedersehen und wünsche euch bis sein alles alles gute bleibt gesund leute passt auf euch auf und bleibt natürlich smart macht's gut leute bis zum nächsten video